Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Steuerfrei-Podcast. An meiner Seite ist wieder Ken, je nachdem, wo wir schneiden, rechts oder links von mir. Herzlich willkommen, Ken. Ja, hallo Melchior. Schön, dass du da bist und schön auch, und an dieser Stelle ein wichtiger Hinweis, dass wir jetzt inzwischen auch endlich online sind auf allen Plattformen, wo man so Podcasts hören kann. Also Spotify und Apple. Und wo hörst du gerne Podcasts? Ja, das sind eigentlich die zwei Verdächtigen. Ich muss ehrlich sagen, ich höre meistens über Apple. Bei Spotify führt das irgendwie mal dazu, wenn ich abonniere, dass es mir dann nicht vorgeschlagen wird. Und dann verpasse ich zwischendrin immer zwei, drei Folgen, wenn ich so einen Podcast hören möchte. Aber es gibt ja auch noch so zig andere Tools. Und da hat irgendwie so jeder, jeder so seine Vorlieben. Mir persönlich ist es vollkommen egal, wo ihr, liebe Hörer und Zuschauer, euren Podcast guckt und hört. Es gibt natürlich nach wie vor ein Video auch einfach auf YouTube. Ihr könnt es, glaube ich, hoffentlich überall hören, wo ihr es gerne hören wollt. Und wenn nicht, dann schreibt uns einfach einen Kommentar und dann kümmere ich mich darum, dass man das dann auch da hören kann. Wir haben heute ein, ich finde, sehr, sehr spannendes Thema. Für die meisten Leute ehrlicherweise ein sehr kompliziertes und unübersichtliches Thema. Und zwar das ganze Thema Autos. Gefühlt reden wir in Deutschland super gerne ständig immer über Autos. Aber Autos im Zusammenhang mit Selbstständigkeit, mit Betriebsvermögen ist gar nicht so wahnsinnig einfach. Und deswegen dachten wir uns, dachte Ken sich, wir diskutieren das ganze Thema einfach mal und versuchen diesen ganzen Gehirnknoten mal systematisch auseinanderzunehmen und vielleicht auch so mit ein paar Irrtümern und Mythen aufzuräumen. Vielleicht magst du uns, Ken, einfach mal einen Überblick darüber geben, was mache ich denn, wenn ich ein Auto kaufen will und ich bin selbstständig gleichzeitig. Ja, du hast es schon mal angekündigt. Das Thema ist in der Tat aus meiner Sicht tatsächlich viel komplizierter, als es wahrscheinlich sein müsste. Also es ist jedenfalls auch leider Gottes sehr unübersichtlich. Und ich sage mal, man muss eigentlich zwei Ebenen unterscheiden, wenn es um die Frage eines Autos geht. Das eine ist die Frage, wie kaufe ich jetzt dieses Auto? Kaufe ich das Cash? Finanziere ich das über eine Bank? Mache ich ein Leasing? Oder, was es ja auch seit einigen Jahren gibt, mache ich ein Auto-Abo? Diese verschiedenen Varianten haben ja durchaus schon mal eine steuerliche Relevanz. Und da merke ich schon, da gibt es auch immer wieder aus meiner Sicht Unwahrheiten, die behauptet werden. Also beispielsweise, dass ein Leasing steuerlich günstiger ist. Das ist aus meiner Sicht Quatsch. Weil wenn ich ein Auto lease, ja klar, dann kann ich die Leasingraten grundsätzlich mal in der Gewinnermittlung absetzen. Aber ich kann auch, wenn ich ein Auto kaufe, die Abschreibung auf das Auto, also die sogenannte AFA, genauso als Betriebsausgaben absetzen. Also es ist keineswegs so, dass ich bei einem Leasing mehr Betriebsausgaben absetzen könnte als beim angeschafften Pkw. Das heißt, an sich ist diese Finanzierungsart erst mal zweitrangig. Aber in dem Bereich tummeln sich schon viele Mythen. Und ich sage mal, was davon Sinn macht, hängt auch aus meiner Wahrnehmung eher von außersteuerlichen Dingen ab. Also ein Leasing oder ein Auto-Abo hat aus meiner Sicht andere Vorteile als die Steuer gegenüber einem Kauf. Und genauso auch andere Nachteile. Also diese Entscheidung sollte ich aus meiner Sicht unabhängig von der steuerlichen Frage treffen. Das ist also so diese eine Komponente, die vielen Knoten im Hirn verursacht. Und die andere Komponente, die betrifft dann die Frage, ist denn dieses Auto ein Firmenwagen, in Anführungszeichen? Also ist es Betriebsvermögen oder ist das Auto Privatvermögen? Und was man da immer merkt ist, viele denken, wenn ich einen Firmenwagen, also Betriebsvermögen habe, dann wäre das steuerlich besser, als wenn ich Privatvermögen habe. Und gleichzeitig denken dann auch viele, wenn ich Privatvermögen habe, kann ich nichts steuerlich geltend machen. Beides ist aus meiner Art oder aus meiner Ansicht so in der Form aber nicht richtig. Weil ich kann, wenn ich Betriebsvermögen habe, wenn ich jetzt sage, ich ordne das Fahrzeug jetzt dem Betriebsvermögen zu, ich bilanziere das, ich erfasse das als Anlagevermögen in meiner Gewinnermittlung, ich ziehe die ganzen Betriebsausgaben ab, dann muss ich natürlich für die privaten Fahrten, die ich vornehme, eine Kompensation machen. Ich müsste also quasi die Betriebsausgaben kürzen. Jetzt sagt der Gesetzgeber, das läuft nicht über eine Kürzung von Betriebsausgaben, sondern über eine sogenannte Nutzungsentnahme. Also man geht hin und versteuert quasi fiktiv einen Ertrag. Hat den gleichen Effekt, als wenn ich die Betriebsausgaben kürzen würde. Am Ende ist im Gewinn nur noch das drin, was auch betrieblich veranlasst ist. Nur das Problem bei dieser Entnahme, die da berechnet werden muss, ist, dass es dort die Ein-Prozent-Methode gibt, die dann häufig übers Ziel hinausschießt. Die führt dann dazu, dass ich tatsächlich in vielen Fällen weniger steuerlich Geld machen kann, als ich eigentlich an betrieblicher Nutzung habe. Das heißt, da muss man schon mal aufpassen. Und wenn ich Privatvermögen habe, das ist der andere Weg. Ich habe also eine Familienkutsche, bin vielleicht selbstständiger, fahre ab und zu mal mit der Familienkutsche auf betriebliche Seminare, zu Kunden, zu was auch immer. Also ich habe ein Auto, wo wir schon sagen, das ist überwiegend privat genutzt, aber ich fahre eben ab und zu mal betrieblich. Dann habe ich auch dort die Möglichkeit, Kosten abzusetzen. Also es ist keineswegs so, dass ich für das Privatfahrzeug dann gar keine Kosten gelten machen kann. Das heißt, die Unterscheidung Betriebsvermögen, Privatvermögen, die ist aus meiner Sicht schon sehr wichtig. Und gerade da tun sich doch viele Verständnisprobleme auf mit den Begriffen Ein-Prozent-Methode, mit den Begriffen Fahrtenbuch, mit Reisekosten und so weiter. Und das sind aus meiner Sicht so diese zwei Sphären, die dann sogar häufig noch durcheinander geworfen werden. Also eigentlich dieses Thema Leasing, Abo, Kauf, Finanzierung, das hat eigentlich nichts mit der Frage zu tun, Betriebsvermögen und Privatvermögen. Das sind eigentlich zwei komplett unterschiedliche Fragen. Und meines Erachtens muss man die deswegen auch unterschiedlich erstmal betrachten. Und dann kann man natürlich Empfehlungen aussprechen. Was macht vielleicht bei dem einen Fall Sinn? Was macht bei dem anderen Fall Sinn? Am Ende des Tages ist es aber trotzdem so, dass es auch immer eine Einzelfallsache ist. Also man muss es sich schon auch mal rechnen. Und es kann bei dem einen Mandanten vollkommen anders aussehen, als bei dem anderen Mandanten, ob ein bestimmtes Wahlrecht oder ein bestimmtes Fahrzeug so in der Form steuerlich Sinn macht. Ich habe mir zum Beispiel, vielleicht gehen wir da auch später noch drauf ein, ich habe mir zum Beispiel letztes Jahr im August ein Elektroauto gekauft. Nicht aus, ich sage mal, ideologischen Gründen oder ökologischen Gründen, sondern einfach, weil es steuerlich sehr stark gefördert wird. Also auch das muss man dann auch im Blick behalten, dass sowohl Elektro- als auch Hybridfahrzeuge sehr, sehr stark steuerlich gefördert werden. Und für mich war das, dieses Fahrzeug, so wie ich es mir gekauft habe, eine ganz wunderbare Sache, weil ich nämlich aus meiner Sicht das Optimum dessen rausgeholt habe, was ich dadurch steuerlich absetzen kann. Und ich habe ein schönes Auto, ich komme damit gut zurecht. Es macht Sinn, auf dem Dach vom Einfamilienhaus von meiner Familie ist eine Photovoltaikanlage drauf. Also es ist dann eine sinnvolle Gesamtentscheidung gewesen. Aber das sind eben doch relativ viele Aspekte, die reinspielen für die Frage, welches Fahrzeug macht für mich vielleicht Sinn und welches nicht. Fantastisch. Vielen, vielen Dank für die Einleitung. Ich würde sagen, Podcast beendet. Hat jemand noch Fragen, dann gerne in den Kommentaren. Es war, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger erster Überblick. Und genau die Punkte gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Du hast ja schon gesagt, du hast ein Elektroauto. Ist es denn ein Firmenwagen oder ein privater Wagen? Ja, bei mir ist es ein Firmenwagen. Das ergibt, glaube ich, bei Elektroautos auch Sinn, weil die private Versteuerung da so nie viel niedriger ist. Ja, also ich sage mal, wenn ich von Firmenwagen spreche, meine ich Betriebsvermögen. Wenn ich von Privatfahrzeug spreche, meine ich Privatvermögen. Das sind so die offiziellen Begriffe. Und bei mir ist es eben ein Firmenwagen, also Betriebsvermögen. Und das hängt damit zusammen, dass ich das Fahrzeug zu ungefähr 80 Prozent betrieblich nutze. Und das weiß ich deshalb, weil ich letztes Jahr für mein vorheriges Fahrzeug, das war ein Verbrenner gewesen, ein Fahrtenbuch geführt habe. Und dadurch weiß ich einfach, dass solange sich meine Nutzung nicht ändert, und das ist bisher noch nicht der Fall, dass einfach meine betriebliche Nutzung deutlich, deutlich überwiegt. Und es ist bei diesem Betriebsvermögen so, wenn du ein Fahrzeug hast, das gemischt genutzt wird, teilweise privat, teilweise betrieblich, dann musst du das Ganze als Betriebsvermögen behandeln, wenn es zu mehr als der Hälfte betrieblich genutzt wird. Und bei mir, bei 80 Prozent, habe ich dann auch keine Wahl. Das heißt, es ist also zwingend Betriebsvermögen. Ich muss es also dann als Firmenwagen entsprechend behandeln, muss die Kosten abziehen und muss dann diese entsprechende Entnahmeversteuerung vornehmen. Genau, ganz wichtiger Hinweis, wenn die Nutzung über 50 Prozent ist, dann hat man gar nicht die Wahl, sich das irgendwie auszusuchen, sondern dann ist es zwingend Betriebsvermögen. Und dann muss man quasi das Auto auch, in Anführungszeichen, über die Buchhaltung einmal laufen lassen. Genauso wenig hat man die Wahl, wenn die Nutzung unter 10 Prozent betrieblich ist, weil dann ist es automatisch privat. Wenn man mehr als 90 Prozent sein Auto privat benutzt, dann ist es zwingend ein privates Auto. Und alles zwischen 10 und 50 Prozent betrieblicher Nutzung, also die 40 Prozent, die dazwischen liegen, da darf man es sich dann aussuchen. Und da hat man dann die Wahl, sich eventuell dazu zu entscheiden, das ins Betriebsvermögen aufzunehmen oder halt privat zu nutzen. Aber wie du auch schon gesagt hast, nur weil ein Auto quasi im Privatvermögen ist, heißt es noch lange nicht, dass man die Kosten nicht absetzen darf. Sondern da darf man dann die betrieblichen Fahrten von der Steuer, also in der Buchhaltung quasi als Nutzungseinlage, du hast vorhin von der Nutzungsentnahme gesprochen, das heißt, wenn ich ein Firmenequipment, also das Auto, privat benutze, dann muss ich das versteuern. Das funktioniert natürlich auch andersrum, dass ich eine Nutzungseinlage, also eine Nutzung von Privatvermögen für meine selbstständige Tätigkeit benutze, dann kann ich das als Betriebsausgabe buchen, obwohl ich keine tatsächlichen Kosten habe. Also das schreibt mir zumindest keiner eine Rechnung. Ich habe da tatsächliche Kosten, weil das Auto kostet, aber ich habe keine tatsächlichen, keine Rechnung für diese eine Fahrt von irgendwem bekommen. Das heißt, da darf man dann quasi die Nutzung versteuern oder von der Steuer absetzen, muss man so zu sagen. Und das ist, und da gibt es tatsächlich auch viel Mythen, das darf man mit 30 Cent pro Kilometer. Man hört immer so, ab dem 21. Kilometer ist das mehr. Das gilt aber in dem Kontext nicht. Das gilt für die Entfernungskilometer, die sogenannte Pendlerpauschale. Aber wenn man einfach als Selbstständiger die Fahrten mit seinem privaten Fahrzeug absetzen möchte, wenn sie beruflich, betrieblich veranlasst waren, dann sind es 30 Cent pro Kilometer. Und das passt fast nie, um es mal so zu sagen. Also meldet euch gerne, wenn ihr ein Auto habt, was inklusive Abschreibung weniger als 30 Cent pro Kilometer kostet. Die meisten Autos kosten deutlich mehr. Je nachdem, wie hoch der Verbrauch ist und Fahrstil vielleicht auch. Aber ich kenne eher Autos, die kosten zwischen 50 Cent und 1 Euro pro Kilometer. Und wenn man das ermittelt, dann kann man tatsächlich auch die tatsächlichen Kosten pro Kilometer absetzen, quasi als Betriebsausgabe. Aber du hast es eben schon gesagt, das Ganze musst du einmal dokumentiert haben. Das heißt, du brauchst diesen Überblick. Nachdem du jetzt gesagt hast, du hast letztes Jahr ein Fahrtenbuch geführt, führst du gerade aktuell heute wahrscheinlich keins. Nein, ich habe das aufgegeben, weil es sich bei meinem Elektroauto einfach für mich jedenfalls nicht mehr lohnt. Also ich hatte vorher einen Verbrenner. Da hat es sich gelohnt, weil die 1%-Methode eben zu einer recht hohen Nutzungsentnahme geführt hat. Das heißt, ich hätte vielleicht Pi mal Daumen sagen können, ich nutze das Auto zu 80% betrieblich. Aber mit der 1%-Methode hätten sich de facto nur 30, 40% der Kosten ausgewirkt. Und das war mir zu wenig. Deswegen habe ich gesagt, dann führe ich ein Fahrtenbuch. Dann kann ich nämlich diese 80%, die ich betrieblich nutze, auch tatsächlich abziehen. Und je nachdem, von welchen Zahlen man spricht, lohnt sich das Ganze dann eben auch, so ein Fahrtenbuch zu führen. Bei dem Elektroauto ist das hinfällig, weil dadurch, dass das Elektroauto so stark gefördert wird, wirken sich sowieso schon ungefähr 80% der Kosten aus, weil diese 1%-Methode einfach viel, viel geringer bei meinem Auto ist. Und deswegen habe ich mir diesen Aufwand gespart, ein Fahrtenbuch zu führen. Aber bei einem Verbrenner bin ich eigentlich der Meinung, wird es sich in vielen Fällen lohnen. Auch nicht in allen, aber in vielen Fällen. Je teurer das Auto, je teurer der Bruttolistenpreis, desto eher lohnt sich dann auch ein Fahrtenbuch. Ja, das ist vielleicht auch ganz wichtig, weil über Elektroauto haben wir jetzt gesprochen. Du hast es jetzt nicht aus ideologischen Gründen gemacht, sondern einfach aus steuerlichen. Wie soll es auch anders sein als Steuerberater? Dass man seine Begründung mit der Steuer begründet. Aber es ist tatsächlich so, für alle, für die das Potenzial auch relevant ist, in der Regel zahlt man nicht 1% vom Bruttolistenpreis an der Steuer, sondern 0,25%. Das heißt, die Besteuerungsgrundlage ist 75% niedriger. Und tatsächlich ist die eigentliche Steuerersparung sogar noch höher, weil wir einen progressiven Steuertarif haben. Das heißt, tatsächlich spart man in der Regel über 75% Steuern mit einem Elektrowagen. Und gut, da gibt es noch eine ganze Menge dazwischen, so Hybridwagen und so, das spart man immer noch 50%. Aber das ist schon sehr signifikant. Und wie du sagst, da lohnt sich häufig allein die Kosten für ein Fahrtenbuch dann halt nicht mehr, weil das, was du an steuerlich jetzt eventuell noch mit einem Fahrtenbuch sparen würdest, würdest du dann aber für ein Fahrtenbuch ausgeben. Und du hättest noch einen Berg an Arbeit mehr als bei der 0,25% Methode. Genau, vielleicht da die kurze Ergänzung noch. Beim Elektroauto gibt es diese 0,25%, also dass du nur ein Viertel dessen versteuerst, was der Verbrenner versteuern würde als Entnahme. Es gibt aber auch noch 0,5%, die Hälfte. Und das hängt ein bisschen davon ab, wie teuer das Elektroauto ist. Also wenn du ein Elektroauto über 70.000 Euro Bruttolistenpreis kaufst, dann bist du bei der Hälfte. Aber wenn es unter 70.000 Euro Bruttolistenpreis liegt, dann bist du bei einem Viertel. Also es lohnt sich auch, sich bei Elektroautos umzuschauen, die gerade so unter dieser 70.000 Euro Grenze liegen. Und das war bei meinem Elektroauto auch der Fall. Also ich habe mir ein Tesla Model 3 gekauft. Aus meiner Sicht ein sehr gutes Preis-Leistungs-Auto. Meiner Meinung nach kriegst du viel Auto für das Geld, auch viel Reichweite, viel Power. Bin ich echt mit zufrieden. Und der lag eben noch unter dieser Grenze. Deswegen war ich noch in der Viertelregelung drin. Aber das kann, gerade wenn man sich an der Grenze irgendwo auffällt, auch schon mal sich unterscheiden, je nachdem, welches Modell man nimmt. Also da sollte man dann auch aufpassen, dass man nicht gerade so knapp die Grenze verfehlt hat. Das wäre irgendwie dann doch schade drum. Das Ganze wissen natürlich auch Autohersteller. Das heißt, es ist jetzt nicht überraschend, dass häufig die Autopreise genauso unter der Grenze angesiedelt sind, zumindest so in Deutschland, weil es natürlich erheblich attraktiver ist. Aber ja, wenn du irgendwann aufs Model S wechselst, dann bist du drüber und dann musst du 0,5 Prozent versteuern. Genau das Gleiche ist es zumindest standardmäßig bei Hybrid-Autos auch. Das ist auch günstiger, aber in der Regel halt nur 0,5 Prozent, was trotzdem deutlich günstiger ist als irgendein Fahrtenbuch oder 1-Prozent-Methode und so weiter bei einem Verbrenner. Also rein steuerlich ist es attraktiver, aber vielleicht schlagen wir da so ein kleines bisschen den Bogen. Ich kann nur dringend davon abraten, betriebswirtschaftliche Entscheidungen einzig und allein aufgrund der Steuer zu treffen. Und das sehe ich, das hast du eben schon angesprochen, das ist bei der Anschaffung Leasing, Miete und so weiter, wird ganz häufig auch gesagt, oh nee, das ist ein Fimmelwagen oder das ist über das Betriebsvermögen gelaufen und deswegen bezahlt das Finanzamt quasi mein Auto und deswegen nehme ich jetzt einen Leasing-Vertrag und ein gleich viel teureres Auto, weil das Finanzamt bezahlt ist und ich kann es von der Steuer absetzen. Genau das Gleiche ist, ehrlicherweise Autos zu kaufen, nur wegen der Art und Weise, wie ich die private Nutzung versteuere, kann ich nur dringend von abraten und zwar aus einem einfachen Grund. Sowas wird perspektivisch in der Zukunft mit Sicherheit auch geändert. Aktuell ist der Gesetzgeber daran interessiert, E-Autos zu inzentivieren. Wie das in fünf Jahren, in zehn Jahren aussieht, kann kein Mensch sagen. Das kann sich dann auch einfach wieder ändern und dann sitzt man auf seinem Auto und natürlich ergibt es grundsätzlich keinen Sinn, betriebswirtschaftlich dumme Entscheidungen deswegen zu treffen, weil es irgendwie steuerlich interessant sein könnte. Und wenn man das für sich durchrechnet und sagt, ein E-Auto ergibt für mich gar keinen Sinn, aber ich zahle ja viel weniger Steuern, dann sollte man sich eine schlechte Entscheidung nicht aufgrund der Steuern schön rechnen. Das ist ehrlicherweise bei der 0,25, 0,5 oder 1% Methode noch einigermaßen nachvollziehbar. Bei der Anschaffung ist das genau den Punkt, den du ansprichst, wo ich wirklich, das sind so die ganzen Gespräche, die man so mit Nachbarn über den Gartenzaun, mit Arbeitskollegen oder auf Social Media in irgendwelche TikTok-Kommentaren führt. Da steht so viel Schwachsinn rund um das Thema Firmenfahrzeug, was man absetzen kann. Und du hast es schon gesagt, wie viel kann man denn eigentlich effektiv absetzen und wie viel bleibt denn eigentlich übrig? Wie kann ich das denn für mich ausrechnen? Wenn ich jetzt davor stehe und ein Auto anschaffen möchte und vor der Frage stehe, wie mache ich das? Und wie viel bleibt eigentlich bei mir hängen und zahle ich nicht am Ende sogar drauf, wenn ich das ins Betriebsvermögen einlege und dann aber die private Nutzung jetzt nochmal versteuern muss? Wie kann ich eigentlich das steuerlich berechnen? Klar, du sagst, man kann es nochmal komplexer durchrechnen und ich verlinke gerne auch in der Videobeschreibung und in der Beschreibung vom Podcast, in den Shownotes haben wir jetzt ja auch, nochmal so ein Excel-Sheet, das kostet nichts, da könnt ihr einfach mal das für euch durchrechnen, aber vielleicht hast du so eine grobe Faustformel, wie man das so überschlagsmäßig sich schon mal irgendwie erschließen kann, das ganze Thema. Wenn ich einfach schon mit dem Statement rausgehe, das Finanzamt wird dir niemals 100% von den Betriebsfragen zahlen, auch wenn das viele Leute ständig behaupten. Ja, wenn ich da vielleicht, bevor ich die Frage beantworte, noch eine Ergänzung treffen darf, wir hatten uns ja eben schon mal kurz über Betriebsvermögen, Privatvermögen unterhalten und wir haben ja festgestellt, das macht eigentlich keinen großen Unterschied, rein von der Systematik. Bei Betriebsvermögen sagst du, alles ist erstmal Betriebsausgabe, aber für die Privatfahrten musst du eine Entnahme besteuern in verschiedenen Formen und wir haben gesagt, bei einem Privatfahrzeug ist halt nichts Betriebsausgabe, also alles erstmal Privatausgabe, aber die betrieblichen Fahrten kannst du dann beispielsweise mit diesen 30 Cent oder auch unter bestimmten Voraussetzungen mit einem individuellen Kilometersatz anrechnen. Das heißt, theoretisch müsste ja bei beiden Varianten das Gleiche rauskommen. In der Praxis ist das nicht so, weil es kommt, also es würde nur das Gleiche rauskommen, wenn du ein Fahrtenbuch führen würdest, beim Betriebsvermögen und wenn du im Privatvermögen einen individuellen Kilometersatz anrechnen, ansetzen würdest. Dann würde theoretisch das Gleiche rauskommen. Ansonsten ist immer eine gewisse Verzerrung drin durch diese verschiedenen Berechnungsmethoden. Der große Unterschied zwischen Betriebsvermögen und Privatvermögen, den man nicht außer Acht lassen darf, ist, wenn das Auto Betriebsvermögen ist, dann musst du den Veräußerungserlös am Ende des Tages auch versteuern. Also wenn du das Auto dann nach 5, 6 Jahren verkaufst, dann ist das steuerpflichtig. In voller Höhe. Der Veräußerungspreis minus der Restbuchwert, häufig ist die Karre schon komplett abgeschrieben, dann ist es quasi Veräußerungspreis gleich Veräußerungsgewinn und das musst du als sogenannte stille Reserven dann versteuern. Also wir kriegen vielleicht an der Punkt, Autos schreibt man im Durchschnitt nach 6 Jahren ab, aber jeder weiß es, wenn man ein Auto 6 Jahre fährt, dann hat es noch irgendeinen Wert. Und wenn man nach 6 Jahren das Auto verkaufen würde, dann wäre quasi der komplette Veräußerungserlös komplett steuerpflichtig als Betriebseinnahme. Genau. Und wenn du das Auto im Privatvermögen hättest, könntest du es verkaufen und müsstest es nicht versteuern. Das heißt, um so eine Vergleichsberechnung zu machen, muss man wirklich überlegen, macht Betriebsvermögen, Privatvermögen Sinn? Wie ich das schon gesagt hatte, wenn du mehr als 50% betriebliche Nutzung hast, so wie das bei mir ist, dann hast du vorbehaltlich von bestimmten Gestaltungsmodellen, die es da auch noch geben mag, dann hast du aber grundsätzlich zwingend Betriebsvermögen. Also du hast diese Wahl nicht. Wenn du aber ein Auto hast, was zwischen 10 und 50% betrieblich genutzt wird, die Familienkutsche, die du zu einem Drittel betrieblich fährst, dann will diese Entscheidung gut überlegt sein. Also ich persönlich bin auch als Steuerberater kein Freund davon, Betriebsvermögen zu machen, wenn man es nicht machen muss. Also ich habe zum Beispiel einen Selbstständigen in meinem Freundeskreis, der nutzt sein Auto so zu 40% betrieblich. Und das weiß er, weil er eben jetzt über einen längeren Zeitraum mehrere Monate ein Fahrtenbuch geführt hat, weil ich ihm gesagt habe, führ mal ein Fahrtenbuch die ersten paar Monate und schau mal, was rauskommt. Dann kannst du entscheiden, ob du es zuordnen willst oder nicht. Und er kann jetzt mit einer ziemlichen Sicherheit sagen, nach einigen Monaten, ich nutze das Auto zu 40% betrieblich. Und da wäre meine Empfehlung, dann lass das Privatvermögen, mach eine Excel-Aufstellung über deine betrieblichen Fahrten. Das reicht nämlich in dieser Variante. Du brauchst da auch kein richtiges Fahrtenbuch zu führen. Du kannst eine Aufstellung machen, welche Fahrten waren betrieblich. Dann setzt du entweder pauschal die 30 Cent den Kilometer an oder du ermittelst einen individuellen Satz. Das muss man aber über einen Zeitraum von zwölf Monaten machen, laut Aussage der Finanzverwaltung. Also da müsste man zwölf Monate lang mal die Kosten zusammenrechnen und den Kilometerstand. Also man muss quasi eine Buchhaltung für ein Jahr machen, obwohl das Auto privat ist. Genau, damit du diesen Kilometersatz nutzen kannst. Aber dann sagt die Finanzverwaltung auch, kannst du diesen Kilometersatz auch bis auf weiteres für die nächsten Jahre nutzen, ohne dass du dann einen weiteren Nachweis brauchst. Das steht ganz klar so in den Richtlinien der Finanzverwaltung drin. Also das ist offiziell anerkannt. Für diejenigen, die es machen, ganz wichtig, in diesen zwölf Monaten bitte ordentlich zur Werkstatt gehen. Auch vielleicht Dinge machen, die man langfristig macht und die man nur alle drei, vier Jahre machen muss. Weil dieser Zeitraum ist ja maßgebend für die Kilometerkosten. Deswegen darf vielleicht jeden Gang zur Werkstatt machen, auch wenn er vielleicht noch ganz dringend notwendig gewesen ist. Ja, aber bei ihm zum Beispiel habe ich auch gesagt, ja, mach Privatvermögen, dann kannst du das Auto verkaufen, steuerfrei, mach das mit dem individuellen Kilometersatz für ein Jahr lang ein Fahrtenbuch beziehungsweise zeichne die Kosten auf und dann kannst du im Finanzamt ganz klar nachweisen, ich hatte die und die Kosten, ich bin so viele Kilometer gefahren, gib den und den Kilometersatz, es waren 40 Prozent, ich lasse es also im Privatvermögen und dann hast du aus meiner Sicht für diesen Fall das steuerlich Optimale rausgeholt. Also diese Frage, Privatvermögen, Betriebsvermögen, die sollte man zuerst beantworten und der große Unterschied ist, muss ich am Ende stille Reserven versteuern auf den PKW oder nicht und das muss ich bei einem Privatvermögen nicht, deswegen bin ich gar kein großer Freund von einem Firmenwagen und versuche da also auch immer ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben, dass du auch bei einem Privatfahrzeug trotzdem betriebliche Fahrten absetzen kannst und dass das eigentlich nach hinten raus gar nicht so verkehrt ist. Aber auch das muss natürlich auf Sachverhaltsebene Sinn machen, ja, also die Nutzung muss halt eben passen, es macht jetzt auch keinen Sinn, einfach die ganze Zeit private Spazierfahrten zu machen, um unter den 50 Prozent zu bleiben, also es muss halt, der Sachverhalt muss es hergeben, es gibt da einen gewissen Gestaltungsspielraum. Zu deiner Frage, wie kann man sich das jetzt ausrechnen? In der Tat, hängt es erstmal genau davon ab, also wenn ich sage Privatvermögen, dann kann ich ja relativ einfach mal berechnen, wie hoch sind denn meine PKW-Kosten aufs ganze Jahr gesehen, so dann schätze ich Pi mal Daumen, wie hoch ist denn meine Nutzung? Im Beispiel meines Kollegen 40 Prozent, so dann wüsste ich 40 Prozent dieser Kosten kann ich am Ende in der Gewinnermittlung erfassen und das Ganze nochmal den persönlichen Steuersatz, weil ich bekomme ja nicht eine Betriebsausgabe 1 zu 1 vom Finanzamt zurück, sondern auch immer erst durch den Steuersatz gedreht, also ich bekomme ja sowieso die Betriebsausgaben vom Finanzamt nicht zurück, aber ich kann sie eben in der Höhe mit Einnahmen verrechnen, braucht dann weniger Einnahmen zu versteuern, aber wenn man es so kalkuliert, Betriebsausgaben mal Steuersatz, das gibt dann ungefähr das, was man sich spart und das kann man dann von den PKW-Kosten abziehen und dann weiß man, was einen das Auto effektiv noch aus der eigenen Tasche, aus versteuertem Einkommen kostet. Das geht natürlich nur, wenn ich das wirklich gut abschätzen kann, wie viel Prozent fahre ich und wie hoch sind meine Kosten. Wenn ich diese andere Variante habe, Betriebsvermögen, dann würde ich halt hingehen... Ja, wir haben noch einmal ganz kurz ein Beispiel einfach. Mein Auto kostet einfach, um es einfach zu machen, 10.000 Euro im Jahr an Kosten. 40 Prozent davon sind betriebliche Fahrten, das heißt, von diesen 10.000 Euro Kosten sind 4.000 Euro quasi für meine Selbstständigkeit, für mein Unternehmen. Das heißt, 4.000 Euro kann ich als Betriebsausgabe dann buchen, als zumindest, wenn es im Privatvermögen liegt, als Leistungseinlage und diese 4.000 Euro führen ja dann dazu, dass mein Gewinn 4.000 Euro niedriger ist und wenn ich den Steuersatz von 40 Prozent habe, dann habe ich entsprechend 4.000 Euro weniger Gewinn, sind 4.000 mal 40 Prozent, sind 1.600 Euro weniger, Steuerbelastung, Punkt. Genau, und damit würde ich das Auto sozusagen noch 8.400 Euro kosten. So könnte man es mal stark vereinfacht runtergebrochen über den Daumen rechnen. Wenn du den anderen Weg hast mit Betriebsvermögen, dann ist die Logik eine andere, dann würde ich hingehen und würde sagen, okay, die 10.000 Euro in deinem Beispiel, das sind jetzt erst mal Betriebsausgaben in voller Höhe und dann würde ich mir halt grob über den Daumen gepeilt mal diese Privatentnahme ausrechnen. Also wenn du jetzt Fahrtenbuch führst und du wüsstest, du fährst 40 Prozent privat, also da ist jetzt 10.000 abgezogen als Ausgabe, 40 Prozent fährst du privat, dann kannst du sagen, gut, die 4.000 Euro, die werden jetzt als Einnahme wieder hinzugerechnet. Es bleiben also 6.000 Euro in der Gewinnermittlung übrig und diese 6.000 Euro wieder mal 30 Prozent gibt dann eben das, was du dir sparst. Wenn du 1% Methode hast, dann würde ich einfach Bruttolistenpreis mal 1% mal zwölf Monate, das gibt dann den Wert X und den kannst du dann mal gegenrechnen, gegen die Pkw-Kosten. Das ist keine genaue Berechnung, das soll gesagt werden, weil man muss auch noch für die Fahrten, Wohnungen, Betriebsstätte eigentlich schon eine Berechnung machen und so weiter, aber das ist zumindest mal für eine grobe Kalkulation, ist das aus meiner Sicht mal ausreichend, um ein Gefühl dafür zu bekommen, inwiefern lohnt sich ein bestimmtes Auto oder nicht und da würdest du bei der letzten Berechnung bei einem Elektro- und Hybridfahrzeug eben nochmal deutliche Abschläge machen, weil die stark gefördert werden. Und ich habe tatsächlich vor kurzem einen Fall gesehen, gerade in Bezug auf 1% Methode und das muss man, also man muss, ja genau, man sollte sich das mal durchrechnen und überschlagen. So grob hast du es jetzt da einmal skizziert. Für alle, die es genau berechnen wollen, gerne unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes einfach ein Excel-Sheet, wo man mal seine Zahlen eintragen kann. Was ich vor kurzem gesehen habe, ein Fall, und das ist Wahnsinn, weil viele Leute denken, ah ja, ich kann ein Auto von der Steuer absetzen, wenn ich das quasi über mein Unternehmen gekauft habe. Das heißt, man ordnet das Betriebsvermögen zu, weil macht man ja und dann fährt man insgesamt aber sehr, sehr wenig. Das heißt, die tatsächlichen Kosten fürs Auto sind niedrig und dann, das ist ein Fall, den ich vor zwei Wochen erst gesehen habe, dann wurde die 1% Methode gewählt, weil man hatte ja keine Lust, ein Fahrtenbuch zu führen und das hat tatsächlich dazu geführt, dass steuerlich eigentlich gar nichts in der Buchhaltung hängen geblieben ist, also auf der Kostenseite abgesetzt werden konnten, weil dieses Auto hat ehrlicherweise neben der Abschreibung nicht mehr so wahnsinnig viele Kosten verursacht und dann musste man aber als Gewinnerhöhung, also als Privatentnahme für die paar privaten Fahrten, die dann da doch noch gemacht worden sind, 1% des Bruttolistenpreises gezahlt werden. Das ist ja auch der Bruttolistenpreis, das ist nicht der tatsächliche Preis, den man gezahlt hat, sondern die Basis ist ja der Bruttolistenpreis pro Monat bezahlen und das führte dann dazu, dass tatsächlich das Auto überhaupt, also gar nichts in der Buchhaltung am Ende hängen geblieben ist, dass die Person, eigentlich vollständig privat bezahlt hat, hat aber die ganze Aufwand in der Buchhaltung gehabt. Ja und darf das Auto, wenn es verkauft wird, noch versteuern. Genau. Das ist das ganze Dilemma, das was du beschreibst, nennt man Kostendeckelung und das kommt tatsächlich bei 1% Methode gar nicht so selten vor, also wenn ich ein gebrauchtes Fahrzeug kaufe, dann habe ich vielleicht niedrigere Anschaffungskosten, damit auch eine niedrigere Abschreibung, ein paar andere Kosten noch rein und dann geht man aber vom Bruttolistenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung aus, von dem sich das berechnet und gerade bei solchen Fällen von gebrauchten Fahrzeugen führt das häufig zur Situation, dass diese 1% Methode oder der Entnahmewert, der da rauskommt, sogar noch höher wäre als die tatsächlichen Pkw-Kosten und dann gibt es diese sogenannte Kostendeckelung, die sagt dann, nee, wir deckeln auf die Pkw-Kosten, weil du sollst ja nicht noch mehr versteuern, als du überhaupt abziehst, das würde ja gar keinen Sinn machen, man wird gedeckelt, aber Kostendeckelung bedeutet immer, dass sich 0% der Betriebsausgaben im Gewinn auswirken, dass du 100% der Betriebsausgaben entnimmst. Das bedeutet Kostendeckelung. Das heißt, es wirkt sich überhaupt nicht mehr aus, du sollst trotzdem die Karre, wenn du sie verkaufst, versteuern und dann nennen das Journalisten oder ja, irgendwelche anderen Leute Dienstwagenprivileg. Ja, genau, genau und also das ist, wie du sagst, das ist gar nicht, gar nicht mal so selten und deswegen dringend, und du hast es schon gesagt, dringend sich selbst auch hinterfragen, muss das Auto eigentlich ins Betriebsvermögen aufgenommen werden, weil das unter Umständen tatsächlich genau zu dem Effekt führt, weil es ist ja, genau, du hast gesagt, du hast am Ende plus minus null, du hast privat sämtliche Kosten am Ende getragen, du musst im Verkaufsfall versteuern und du hast ja durchaus auch einen Buchhaltungsmehraufwand, den du dadurch hast, weil du entweder jetzt ein Software dafür benutzt oder wenn das ein Steuerberater macht, der wird ja, auch jetzt nicht, wenn nicht, jetzt nicht wahnsinnig viel, aber doch ein paar Euro wird sich das schon auf seiner Rechnung niederschlagen, dass da jetzt halt ständig auch ein Auto in den Buchungssätzen rumgeturnt ist irgendwie und das muss man sich nur vor Augen halten, weil, wie du sagst, das ist so dieses, ich muss mal sagen, das Allgemeinwissen wird dann ständig gesagt von Dienstwagenprivileg und gefühlt ist auch jede Diskussion über ein irrational teures, unnützes, uneffizientes Auto damit erledigt, dass man sagt, so, naja, das kann ich auch von der Steuer absetzen. Große Frage ist immer dann, ja, stimmt, aber wie viel steuert man denn auf der anderen Seite denn mehr dafür, dass man dieses Firmenwagen dann auch noch privat benutzt. Deswegen, ganz, ganz dringender Appell an der Stelle, weil, wie du sagst, so selten ist das gar nicht, dass man unterm Strich durch einen Firmenwagen keinen Cent mehr Steuern zahlt. So, im Gegensatz, wenn du den Verkauf mit einrechnest, sogar mehr Steuern bezahlst, als du gezahlt hättest, hättest du es einfach privat gekauft. Deswegen, also ich würde, also rein aus der Praxis, ich würde bei einem Auto tatsächlich immer empfehlen, mal kurz mit seinem Steuerberater zu sprechen. Ich meine, ja, das kostet Geld, eine Stunde mit einem Steuerberater kostet Geld, aber was ich machen würde, ist, ich würde mir vielleicht zwei, drei Autos raussuchen, die für mich in die engere Auswahl kommen, von denen ich sage, die finde ich alle gut. Dann würde ich mit den Parametern dieses Autos, also Bruttolistenpreis, tatsächliche Anschaffungskosten und geschätzte laufende Kosten, das findet man ja ganz gut raus über eine Recherche, dann würde ich mit diesen Zahlen einen Termin mit dem Steuerberater ausmachen, machst du mit dem eine Stunde, dann kostet dich das 150, 200 Euro, wie viel auch immer. So, und dann kannst du mit dem mal alle drei Varianten im Detail durchrechnen, weil, also so eine grobe Berechnung, wie wir die eben skizziert haben, das schadet nicht, um ein Gefühl dafür zu bekommen, aber es gibt doch viele Details, die man eben noch kennen muss. Und dann hast du nach dieser einen Stunde hast du definitiv eine Vergleichsberechnung aller drei Fahrzeuge vorliegen und kannst abschätzen, was hat das eine für eine Konsequenz und für das andere. Und ich denke, wenn man sich ein Auto anschafft, ob jetzt per Kauf, per Leasing oder wie auch immer, da geht es ja immer um größere Verpflichtungen. Ich denke, da ist man gut beraten, da diese paar Euro für eine Beratung in Anspruch zu nehmen, weil es ja auch eine größere Entscheidung für einige Zeit ist und das schadet nicht. Also das wäre so eines der Themen, wo ich als Steuerberater sage, da macht es Sinn, als Selbstständiger seinen Steuerberater zu konsultieren. Ja, also unterschreibe ich zu 100%. Man muss sich das nur vor Augen halten, also der Unterschied ist, also im Extremfall spart man dadurch, dass das Betriebsvermögen ist, keinen Cent, aber im Verkaufsfall und das Auto muss ja in Anführungszeichen nur sechs Jahre alt sein. Wenn ich jetzt mein sechs Jahre altes Auto verkaufe für 15.000 Euro, mein Steuersatz liegt bei 40%, sind das 6.000 Euro, die ich mehr versteuern muss, wenn ich als Firmen, also als Betriebsvermögen gekauft habe, als wenn ich es privat gehalten hätte. Und wenn ich die 6.000 Euro gegen, keine Ahnung, 250 Euro für einen Steuerberater mal gegenstelle, dann ist das doch ganz häufig ein sinnvolles Investment. Vor allen Dingen, weil man da, wie du sagst, das Ganze schon auch komplexer ist und es schon auch Möglichkeiten gibt, wie man das im Einzelfall eventuell auch noch steueroptimaler gestalten kann. Ja, also es gibt durchaus, also die Frage, lohnt sich ein Fahrtenbuch oder nicht? Die ist zum Beispiel auch wirklich nicht einfach zu beantworten, weil das, was wir bisher unterstellt haben, ist ja auch nur die ertragssteuerliche Seite. Es gibt auch noch die umsatzsteuerliche Seite, die nochmal komplett anders in der Berechnung läuft und deswegen, man kann gar nicht pauschal sagen, ein Fahrtenbuch lohnt sich oder es lohnt sich nicht. Man muss das wirklich immer an den Zahlen mal durchrechnen, weil natürlich ein Fahrtenbuch auch Geld kostet, also gerade diese elektronischen Fahrtenbücher, die ich dringend empfehlen würde, weil sie, also ein handschriftliches Fahrtenbuch zu führen, das kann eigentlich nur schief gehen. Erinnert mich immer ein bisschen an Vokabelheft führen, ich weiß nicht, ob es zum Beispiel früher war, ich musste immer Englisch Vokabelheft führen und das wurde dann zweimal im Jahr eingesammelt und ich habe das ganz motiviert gemacht für zwei Wochen und dann halt die anderen 20 Wochen mich und dann kam halt irgendwann die Woche, wo du wusstest, okay, shit, nächste Woche wird das Vokabelheft eingesammelt und dann hast du angefangen, das Vokabelheft zu führen. Ja, das Ziel sah man halt. Man hat ja schon mit drei, vier Stiften gearbeitet und zwischendrin mal rechts und links geschrieben, damit das Schriftbild ein bisschen anders aussieht und so weiter, aber wenn ich da sechs Stunden am Stück Vokabeln abschreibe, dann sieht das halt jeder, dass das am Stück geschrieben worden ist und genau das, genau daran erinnert mich das immer wieder, wenn ich mitbekomme, dass da jemand ein Fahrtenbuch für ein halbes Jahr nachführen muss, das ist unmöglich. Ja, das kannst du auch nicht. Es ist unmöglich, weil da auch vielleicht andere Komplexitäten, auch was ich immer sehe, ist natürlich, wenn man Tankquittungen in der Buchhaltung hat, dann weiß man ja, zu welchem Zeitpunkt man an einem bestimmten Ort war. Man hat gleichzeitig einen Kalender und man hat allein die, ich würde mal sagen, die Tankstellenaufenthalte richtig zu timen, dass das plausibel ist, das kriegt man vielleicht auch noch für die letzten drei, vier, fünf Tage rekonstruiert, aber mit Sicherheit nicht mehr für letztes Jahr Juni. Ja, aber das, was du beschreibst, wäre letztlich auch rechtswidrig. Ja, immer abgesehen davon, aber auch, aber ich sehe, dass es Leute trotzdem versuchen. Aber diesen Betrug und diesen Stress und diese Arbeit, weil das dauert ja ein paar Stunden, das zu versuchen, mal abgesehen davon, dass es nicht erlaubt ist, ist es auch, ich kenne kein Beispiel, wo das durchgegangen ist. Also beziehungsweise würde ich auch nicht kennen. Ich als Steuerberater sehe ja auch dann die Fälle, wo ich sage, okay, das ist offensichtlich Beschiss oder nicht. Und ich muss sagen, die guten Betrügereien, die erkennt man ja auch nicht. Aber ich kann nur dringend davon abraten. Meine Erfahrung nach ist, das funktioniert relativ häufig nicht. Ja, also ein handschriftliches funktioniert aus meiner Sicht auch nicht gut. Ein elektronisches funktioniert ganz gut. Vielleicht für alle, die nicht wissen, was das ist, da wird so ein Stecker an den Diagnose-Port des Autos angeschlossen, an den OBD-Port steckst du das an und dann zeichnet dieses Fahrtenbuch einfach immer jede einzelne Fahrt auf. So, und dann, dadurch hast du schon mal eine lückenlose Erfassung aller Fahrten mit Kilometerständen, mit Länge, mit allem Pipapo, weil dann eben direkt die Fahrzeugdaten abgreift. Und du kannst dann in der App eben zuordnen, ist das eine private Fahrt, ist es eine betriebliche Fahrt und ich kenne viele Fahrtenbuchsysteme so, dass sie das nach sieben Tagen sperren, weil du eben diese Zuordnung auch zeitnah treffen musst. Das heißt, du hast quasi dann sieben Tage immer Zeit, kannst dich einmal die Woche hinsetzen und kannst das dann zuordnen. War das eine betriebliche Fahrt, war das eine private? Zu wem bin ich gefahren? Was war der Anlass? Also die Dinge, die in so einem Fahrtenbuch für betriebliche Fahrten erfasst werden müssten, werden dann davon abgedeckt und ja, am Ende bekommst du ein Fahrtenbuch und das funktioniert ganz gut, weil es ja lückenlos alle Fahrten aufzeichnet und wenn du halt vergisst, irgendwas zuzuordnen, gehen die Apps hin und sagen, dann war es halt im Zweifel eine Privatfahrt, aber es wird definitiv alles aufgezeichnet. Also ich kenne das so auch in der Familie, weil das Auto steht dann da und es wird dann im Zweifel mal benutzt und sowas und es denkt ja nicht jeder dran, selbst wenn man sich selber so sehr diszipliniert, zu sagen, ich schreibe es automatisch immer jede Fahrt auf und ich habe das wirklich zu einer Gewohnheit gemacht, wo ich ehrlicherweise sagen muss, mir persönlich ist das nie geglückt, gibt es ja unter Umständen aber jemand anderes, den Partner oder Kinder oder Eltern oder so, die das Auto mal ausleihen und das, was ja grundsätzlich auch machbar ist, aber die denken mit Sicherheit nicht in der Konsequenz dran, dass man dann auch ein Fahrtenbuch führen muss und schön ist halt, wenn man so einen Stecker einfach drin hat, dann wird die Fahrt automatisch aufgezeichnet und dann ist sie halt da, genau, und im Zweifelfall ist es eine private Fahrt und vor allen Dingen gibt es auch relativ viele, die haben so eine SIM-Karte, das heißt, man hat es direkt über eine Smartphone-App oder über so einen Browser-Cloud-Lösung, setzt sich dann da einfach dran, so nachdem man angekommen ist, auch gar nichts da machen, sondern man setzt sich wirklich ja, wie du sagst, einmal in der Woche einfach hin oder jeden Tag einmal kurz und macht ja dann auch nicht viel mehr, außer ich habe Kunde XY, also es war betrieblich oder privat, ich habe Kunde XY besucht und das war der Zweck der Fahrt, weil Kilometer, Route, Anfang, Ende und so weiter, das wird halt alles automatisch quasi mit erfasst und ja, das kostet irgendwas zwischen, ich weiß nicht, 10, 20, 25 Euro im Monat, aber wenn man sich überlegt, dass 50% der papiergeführten Fahrtenbücher, meine persönliche Gefühl, ich weiß nicht, ob das stimmt, sind sowieso, früher oder später werden sie auch gegeben, das beste Beispiel ist immer meine Mama an der Stelle, liebe Grüße, wirst du es wahrscheinlich niemals hören, die sich jedes Jahr vornimmt, ein Fahrtenbuch zu führen, denn das aber in Papier haben will, das ist dann auch noch eine andere Generation und so weiter, aber Mitte des Jahres, dass du dann irgendwann mal ein, zwei Monate liegen messt und dann sagt, ach scheiß drauf und dann doch ein Prozent Methode anwendet, das ist erheblich teurer, diese Art und Weise das zu tun. Ja, also das ist so die eine Möglichkeit, Fahrtenbuch zu führen, auch das lohnt sich nicht in allen Fällen, also man muss dann wirklich die Steuerersparnis gegen diese 250, 300 Euro im Jahr noch rechnen, die das Fahrtenbuch dann kostet und natürlich gegen den persönlichen Aufwand, ich kenne viele Fälle, in denen es sich lohnt, es lohnt sich halt nicht immer, also das ist ein Hebel, an dem man drehen kann, den man bei so einer Berechnung dann mal durchrechnen kann und der andere Hebel ist, man kann zum Beispiel mit bestimmten Gestaltungsmodellen, da gibt es das sogenannte Vorschaltmodell, das ist auch vom Bundesfinanzhof auch bestätigt worden, es gibt gewisse Gestaltungsmodelle, wie du beispielsweise Betriebsvermögen umgehen kannst, also wenn ich jetzt einen Ehepartner hätte, hätte ich eine Gestaltung treffen können, dass mein Tesla doch kein Betriebsvermögen ist, dann hätte ich vielleicht die Stellenreserven nicht versteuern müssen, da gibt es mittlerweile doch interessante Möglichkeiten, aber die sind auch wieder sehr, sehr einzelfalllastig, lohnt sich der Aufwand, so eine Gestaltung umzusetzen, lohnt der sich im Vergleich zu der potenziellen Steuersparnis und das muss man immer prüfen, also ich würde da wirklich dringend anraten, bei diesem Thema gut vorbereitet den Steuerberater aufzusuchen, also sich das richtige Fahrzeug rauszusuchen, die ganzen Parameter zum Fahrzeug rauszusuchen, das kann man selber vorbereiten, das muss man nicht im Beratungsgespräch mit dem Steuerberater für 200 Euro vor die Stunde machen, sondern das kann man schon alles mitbringen, sondern dauert so eine Beratung nicht lange und du kriegst aber dann ganz konkret eine Idee, welche Gestaltung lohnt sich, lohnt sich ein Fahrtenbuch, lohnt sich vielleicht so ein Gestaltungsmodell, lohnt sich das Auto überhaupt, also du kriegst dann einfach gute Anreize, gute Ideen und kannst dann für dich sicherlich eine gute fundierte Entscheidung treffen, aber das ist so die rein steuerliche Seite oder so ein paar Begriffe, die man auf jeden Fall mal einordnen sollte. Ja, gerade das Modell, was du angesprochen hast, unbedingt auch damit mit dem Steuerberater sprechen und natürlich, klar, man hat bei einem Fahrtenbuch die Kosten fürs Fahrtenbuch, das gleiche darf man bei diesen ganz anderen Konstrukten, wo man unter Umständen auch erheblich Steuern sparen kann, das gibt es ja in vielen Bereichen, jetzt nicht nur beim Firmenwagen, was man da nie außer Acht lassen sollte und aus der Berechnung rauslassen sollte, ist, dass man in der Regel doch da mal mit einem Steuerberater sprechen sollte, wo unter Umständen Verträge auch gemacht werden müssten, die dann idealerweise nicht einfach nur eine Vorlage ist von Google, sondern die idealerweise auch irgendwie rechtlich stichfester sind, einfach nur damit, weil man sonst, ja, sonst kann man da auch nicht bauen, das heißt, die Kosten, die ein bestimmtes Steuersparmodell kosten, auf Steuerberater- und Rechtsanwaltseite, die darf man nicht ausklammern. Und das sehe ich ganz, ganz häufig bei egal welchen Steuermodellen, da freuen sich die Leute, dass sie irgendwo nochmal 100, 200 Euro weniger Steuern sparen, vergessen aber, dass sie für diese 200 Euro Steuersparnis dann 500 Euro für irgendwelche Rechtsanwälte und Steuerberater ausgegeben haben. Deswegen, wie du sagst, gut vorbereitet hingehen, dann kommt man nämlich schneller zum Punkt auch beim Steuerberater und dann ist die Steuerberaterrechnung ein bisschen niedriger und dann kann man das zumindest für sich auch mal durchrechnen, ob das Sinn ergeben könnte, weil es ist einmal und das ist vielleicht auch ein kleiner Teaser auf die nächste Podcast-Folge tatsächlich, es ist das eine, ist das reine Wissen von etwas, was man tun kann und das andere ist immer auch die Umsetzung und in der Regel kann jeder Steuerberater, hat, also Steuerberater, die Prüfung ist nicht, ist kein allein, ich würde mal sagen, Selbstläufer, muss man sozusagen, das heißt, Steuerberater können vieles von dem Wissen und Halbwahrheiten auf Social Media zu verbreiten, das ist ein bisschen einfacher als Steuerberatung tatsächlich in der echten Welt zu erledigen und es ist trotzdem immer sinnvoll, sich selber zu informieren und gut vorbereitet zum Steuerberater zu gehen, damit man die sinnvollen Fragen stellt und nicht so eine offene Frage stellt wie, was kann ich denn jetzt machen, um weniger Steuern zu bezahlen, weil wenn dann erstmal einer anfängt, alles aufzuzählen, dann ist allein diese eine, ist ja keine Beratungsstunde, ist die Beratungswoche oder der Beratungsmonat, der kostet dann entsprechend halt auch, deswegen idealerweise vorher sich einen ersten Überblick verschaffen. Ja, aber das ist was, was ich auch für alles unterschreiben kann, Kosten und Nutzen müssen immer im sinnvollen Verhältnis stehen und es gibt viele Einzelunternehmer, die mir dann irgendwelche Mails schreiben und sagen, sie wollen aus ihrem Einzelunternehmen eine GmbH machen, weil sie gehört haben, dass man mit einer GmbH so wunderbar Steuern sparen kann und dann frage ich immer, ja, wie viel Jahresüberschuss macht ihr denn? Ja, 80.000 und dann sag ich, ja, vergiss es. Also, du kannst eine GmbH machen, aber es lohnt sich einfach nicht bei diesem Jahresüberschuss. Also, ich hab denen dann gesagt, also, man kann es nicht pauschalisieren, weil manchmal hast du auch vielleicht Haftungsthemen, die eine GmbH begründen können und so weiter, aber in vielen, vielen Fällen kommen halt Leute, haben irgendwas aufgeschnappt, denken, es ist eine gute Idee, ich brauche unbedingt eine GmbH, haben dann so ein bisschen, ich nenne das immer Business ADAS, ja, schnappen irgendwo was auf und dann will ich das auch direkt umsetzen und bin ganz interessiert und das ist ja auch nicht, also, ist ja auch gut, aber Alex hat auf Social Media ein Bild gepostet, dass man nur 12 Euro, 12 Prozent Steuern zahlen muss. Aber es macht dann, es macht dann, wenn du es, wenn du es mal durchrechst, in dem Fall dann unter Umständen trotzdem keinen Sinn. Also, gerade so diese GmbHs und genauso beim Firmenwagen, da muss man echt gucken, dass Kosten und Nutzen im Verhältnis stehen. Also, ich bin Steuerberater und ich könnte dann an so einer GmbH-Umwandlung dann auch ein bisschen was verdienen, aber ich rate dann den Leuten, trotzdem regelmäßig davon ab, weil ich sage, es macht einfach keinen Sinn, fokussiere dich für den aktuellen Zeitpunkt lieber darauf, wie du mehr Umsatz und mehr Gewinn machen kannst, versuch da deine unternehmerische Kompetenz in dem Bereich etwas auszubauen und wenn du dann in einer höheren Sphäre unterwegs bist finanziell, dann unterhalten wir uns über die richtigen Steuermodelle. Aber es ist einfach so, viele Sachen, ich meine, du brauchst halt einen Hebel, wenn du wenig Steuern zahlst, hast du auch wenig Vorteil von der Steuersparnis. Also je weiter du halt im unternehmerischen Leben kommst, desto eher lohnen sich dann auch solche Sachen. Aber da muss man halt alles zur richtigen Zeit und am richtigen Ort irgendwie machen. Perfekt. Das sind wirklich, also ich würde noch nicht mal sagen, die besten Schlussworte überhaupt, sondern die beste Ankündigung für die nächste Folge. Deswegen hier an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, liebe Hörer oder Zuschauer auch. Wenn ihr dazu noch Fragen hast, dann natürlich wie immer super gerne einfach Kommentar unter dem Video. Geht ja auch nur in dem Video. Podcast kann man nicht kommentieren, muss ich mich dran gewöhnen. Das heißt, ihr findet das auf YouTube, könnt da einen Kommentar schreiben, auf den wir dann da eventuell auch gerne eingehen. Aber worüber wir jetzt gerade schon gesprochen haben, ist ja Steuern sparen, Ideen, was kann man machen, informieren und so weiter. In der nächsten Folge wollen wir mal ein bisschen über das ganze Thema sprechen. Was macht eigentlich ein Steuerberater aus? Warum gibt es im Internet so viele Steuercoaches? Was ist der Unterschied? Wem darf ich eigentlich wie weit vertrauen? Und stimmt eigentlich, dass man immer zwei Steuerberater braucht? Einen, der ein strategisch berät und einen, der das Ganze umsetzt. Und all diese ganzen Fragen, die regelmäßig diskutiert werden und von denen du mit Sicherheit regelmäßig hörst, von denen ich auf jeden Fall regelmäßig höre, das ist Thema der nächsten Podcast-Folge. Und ihr, liebe Hörer, werdet das dann in 14 Tagen hören. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao zusammen. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020